Nachdem ich jetzt über vier Jahre lang als digitaler Nomade unterwegs war und keine eigene, richtige, richtige Wohnung hatte, habe ich jetzt wieder ein Zuhause, so eine richtige Homebase, so eine richtige eigene Wohnung. Und für mich ist da das Allerwichtigste, dass die nicht vollgemüllt ist mit irgendwelchen Krempeln, sondern minimalistisch ist. Weil das gibt mir den Raum, den Fokus für die Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind. Boom, ihr Freunde, herzlich... Warte mal. Irgendwie so leer hier. So, jetzt kann ich losgehen. Wir leben in einer Welt, in der so gut wie alles im Überfluss vorhanden ist. Die meisten Menschen streben nach mehr, 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 mehr. Das Ganze hat allerdings einen Preis. Und zwar, wir verlieren den Fokus auf das wirklich Wesentliche. Durch dieses permanente Streben nach der Quantität verlieren wir den Blick für die Qualität. Wir verlieren den Blick für das wirklich, wirklich Essentielle. Und das ist für mich der Grund, warum das Thema Minimalismus so eine große Rolle in meinem Leben spielt, weil ich weiß, wenn ich weniger Dinge habe, die dafür aber wirklich wertvoll sind, dann hat das so einen viel größeren Impact in meinem Leben, als wenn ich ganz viel Stuff anmülle, der aber eigentlich keinen wirklichen Unterschied macht. Und dieses Thema ist für mich persönlich auch im Business der absolute Game Changer, denn das ist unter anderem der Grund, warum Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, einer der erfolgreichsten Unternehmer der heutigen Zeit, jeden Tag das gleiche T-Shirt trägt. Mark, why do you wear the same shirt every day? Follow up, is it the same shirt? Is there one? Like, how does this all go down? Now, you'll be happy to know that there are multiple of the same shirt. Nicht, weil er sich keine weiteren T-Shirts leisten kann, sondern weil er weiß, wenn er den Fokus auf die Qualität legt und nicht auf die Quantität, nicht einen Kleiderschrank mit 100 verschiedenen Dingen und dann jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde damit verbringen, was ziehe ich denn eigentlich heute an, sondern dieses Thema für sich so einfach, so simpel wie nur irgendwie möglich realisiert und dadurch wieder den Blick, den Raum für die Dinge, die ihm im Leben wirklich wichtig sind hat und das persönlich ein großartiger Game Changer darstellt. Denn wir alle haben so ein Entscheidungskonto. Ich stelle mir das immer so vor, so morgens wache ich auf und habe wirklich so ein Entscheidungskonto und das ist morgens, ist das so komplett voll und dann kann ich davon Entscheidungen treffen und irgendwann im Laufe des Tages wird es immer leerer. Und mit jeder Entscheidung wird unser Konto ein kleines bisschen, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen leerer. Und wenn ich Entscheidungen treffe für Dinge, die mir gar nicht wirklich wichtig sind, aka welche Socken trage ich eigentlich morgens oder welches Shirt, dann mache ich mein Konto leerer mit Dingen, die irrelevant sind. Und wenn ich aber für die wirklich großen Dinge mein Entscheidungskonto nutzen möchte, dann habe ich vielleicht nicht mehr genügend Kapazitäten. Und da kommt das Thema Minimalismus ins Spiel, weil wenn wir unnötige Entscheidungen eliminieren und den Fokus auf das wirklich Wesentliche dadurch haben können, verändert sich alles. Dabei finde ich den Begriff Minimalismus eigentlich auch gar nicht so gelungen, denn für mich geht es nicht um maximal wenig Dinge, sondern für mich geht es eher um die wirklich wichtigen Dinge. Und daher finde ich den Begriff, den Greg McKeown in seinem Buch Essentialism prägt mega spannend, diesen Essentialismus statt den Minimalismus. Also nicht minimal, sondern essentiell. Und um das Essentielle herauszubekommen, was für uns, für unser Leben, für unser Business einen wirklichen Unterschied macht, brauchen wir eben neben der Tatsache, dass wir wenig Dinge besitzen, die uns irgendwie ablenken können, brauchen wir vor allem eine Sache und zwar Raum. Raum. Raum, damit wir das Essentielle erkennen können. Und deswegen scheduled zum Beispiel der CEO von LinkedIn, Jeff Weiner, jeden Tag zwei Stunden Zeit, in der er nichts tut. Zwei Stunden, die er täglich nicht verplant, wo er keine Verabredung annimmt, wo er keine Meetings macht, wo er auch keine Work-to-dos sich vorher reinlegt, sondern einfach zwei Stunden, die nicht geplant sind. Und in diesen zwei Stunden kann dann irgendetwas zutage treten, was irgendwie gerade relevant ist. Und das ist für uns immer unser Filter für wirklich essentielle Dinge. Oder Bill Gates beispielsweise schon seit den 80er Jahren ist er ein Riesenfan von seinen Think Weeks. Mehrmals im Jahr fährt er für eine Woche in eine Hütte im Wald, wo ihn niemand kennt, wo er niemand irgendwie begegnet, sondern nur wirklich eine Woche sein eigenes Ding. So, wenn Bill stills and quiets himself all these incredibly complex thoughts that he's had in these ways he can see the world and he can pull ideas together that other people can't see, he thinks his best. He had time to distill and slow down and then write and lead in the way he wanted to lead. Eine Woche nur für sich, zum Lesen, zum Reflektieren, zum Nachdenken und das sorgt dafür, dass er mit so viel Klarheit wieder zurückkommt. Und ich hab's selbst getestet, letzten Dezember, meine erste Think Week an die Ostsee und es war lebensverändernd. So viele Erkenntnisse, so viele Ideen und vor allem so viel Verbindung mit mir selbst und so viel Erkennen vom wirklich Essentiellen. Und all das beginnt aber natürlich mit der Tatsache, dass wir wählerischer werden dürfen. Wir dürfen uns die Frage stellen, ist es ein Hell Yes? Und wenn es kein Hell Yes ist, dann ist die Antwort, dann ist es Nein. Wenn es nicht mindestens 90 von 100 Punkten auf unserer internen Skala bekommt, dann dürfen wir die Dinge nicht tun. Alles, was für uns nicht wirklich, wirklich essentiell ist, darf abgesagt, abgelehnt, nicht getan werden. Weil wir ansonsten keinen Raum haben für die wirklich essentiellen Dinge. Und das ist nämlich genau das, wenn ich mir denke, oh Mensch, hab ich schon so lange, weiß ich auch nicht, was ich jetzt damit machen soll. Na gut, stell ich's mir auf den Schrank, packe ich's mir irgendwie aufs Regal. So werden wir kein Minimalist. So werden wir vor allem kein Essentialist, wenn wir nicht wählerisch werden. Wählerisch, was wirklich in unser Leben soll, wählerisch, was wirklich in unserem Business soll. Wählerisch, was wirklich Teil von unserem ganzen Konstrukt, das wir uns ja selbst erschaffen können, das ist ja das Geile, werden soll. Das ist das Aller, 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 Allerwichtigste. Und ja, das beginnt damit, dass wir Nein sagen lernen. Und die meisten Menschen können nicht Nein sagen. Die meisten Menschen sagen viel zu viel Ja zu viel zu viele Dingen, die sie eigentlich gar nicht wirklich wollen. Oder bei denen sie sich denken, naja, okay, hm, könnte ich ja schon mal machen so. Aber die kein Hell Yes sind. Und dieses Nein sagen lernen ist mega, 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 mega wichtig. Peter Drucker sagt zum Beispiel, wenn du nicht lernst, Nein zu sagen zu allen Dingen, die nicht auf deine größte Stärke einzahlen, dann kannst du kein erfolgreiches Leben führen. Du musst lernen, zu allem, was nicht perfekt zu dir passt, Nein zu sagen. Das musst du lernen, weil ansonsten ist kein Raum für deine große Stärke. Ansonsten ist kein Raum für deine wirkliche Genialität. Und dabei ist es mega wichtig, dass wir, und das ist eine große Herausforderung, dass wir Nein zu der Sache meinen und nicht Nein zum Menschen denken. Was meine ich damit? Wenn uns jetzt unser bester Kumpel fragt, hey, hast du Bock, dies und das zu machen? Und wir denken jetzt, oder wir spüren innerlich, wenn ich jetzt Nein sage, dann lehne ich den als Mensch. Aber ich mag den ja so gern und deswegen kann ich nicht Nein sagen lernen, weil ich will ja irgendwie nicht, dass der blöd von mir denkt. Und diesen Switch hinzubekommen und das auch in der Kommunikation auszudrücken, nicht die Person an sich abzulehnen, sondern nur die Sache, das Angebot, den Vorschlag abzulehnen. Das ist super, super, super essentiell. Und wenn wir diese Dinge nicht für unser Leben meistern, dann müllt sich unser Leben ganz von alleine zu. Und dann wird dieser Raum, den wir einmal aufmachen, der wird dann gefüllt von ganz viel Unwichtigem. Und am Ende sitzen wir da und haben keinen Raum mehr für das wirklich Wichtige. Und abschließend, damit dieses Video maximal praktikabel ist, noch ein paar Quick-Tipps, wie du mehr Minimalismus oder mehr Essentialismus in deinem Business implementieren kannst. Tipp Nummer 1, Benachrichtigungen ausschalten. Alles, was bimmeln, klingeln, vibrieren, uns auf irgendeine Art und Weise ablenken könnte von dem, was wirklich wichtig ist, ausschalten. Instagram-Kommentare nicht, wenn es klingelt, beantworten, sondern dann beantworten, wenn wir dem ganzen Thema Raum geben wollen. Nächster Punkt, Arbeitsplatz entmüllen. Kein Crap auf dem Tisch stehen haben, sondern wirklich alles, was essentiell ist. Unser Laptop, vielleicht ein Notizblock, vielleicht ein Wasserglas und dann war es das auch schon wieder. Weil alles, was in unserem Leben, was in unserem Umfeld, was in unserem Blickfeld ist, zieht auf irgendeine Art und Weise Energie und nimmt wieder den Fokus von dem, was wirklich essentiell ist. Auch in der Content-Produktion. Fokus auf die Qualität und nicht Fokus auf die Quantität. Nicht zu sagen, hey, ich muss jetzt auf Zwang dreimal in der Woche einen Podcast releasen. Wir machen aktuell alle zwei Wochen nur einen Podcast. Alle zwei Wochen kommt eine Podcast-Episode, die aber so eine geile Qualität hat, wo nur essentielle Dinge drin sind, wo wir sagen, das muss sich jeder aus der Community anhören. Und da steckt auch richtig viel Liebe zum Detail drin. Außerdem, wenn wir im E-Mail-Postfach sind, großer Fehler, den ich bei so vielen immer wieder sehe, sie klicken eine Mail an, lesen sie durch und denken dann, ach, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Antworten. Sie machen sie wieder ungelesen und gehen aus dem E-Mail-Postfach wieder raus. Und wenn sie sich dann am nächsten Tag hinsetzen, um die Mail zu beantworten, müssen sie nochmal lesen. Das heißt, wir lesen die Mail doppelt und auch das ist nicht sinnvoll. Genau das Gleiche auch bei WhatsApp-Nachrichten, bei Instagram-Messages und so weiter. Nur in die Nachrichten reingehen, wenn wir wirklich auch jetzt gerade welche beantworten wollen. Und nicht, um einfach mal nur unseren Neuigkeitstrieb zu befriedigen und mitzubekommen, was da abgeht und dann wieder rausgehen, weil ansonsten wasten wir eine Menge Zeit. Genau das Gleiche mit unserem Desktop, sauber machen, keinen möglichen Krempel da liegen haben, Apps entmüllen, alles was in unserem Leben nicht wirklich dazu zuträglich ist, dass wir die für uns wichtigen, die für uns essentiellen Dinge tun können, leben können, sein können, alles das, was dagegen spricht, darf verschwinden. Was jetzt nur bei dem ganzen Streben nach Minimalismus und Essentialismus mega wichtig ist, ist, dass wir uns nicht zu einem Perfektionismus hinreißen lassen. Denn dieses Fokus auf das Wesentliche kann auch übers Ziel hinausschießen, indem wir um des wenige Dinge-Habens Willen wenige Dinge haben und dann am Ende feststellen, wir sitzen in einer leeren Wohnung, in der nichts drin ist und es fühlt sich irgendwie scheiße an. Also nicht ausmisten um des Ausmistens Willen, sondern weil wir dadurch den Raum auf das Wesentliche legen können. Und kein Perfektionismus, sondern ein Stück für Stückes vorantasten, mit so einer kindlichen Energie so ein bisschen exploren, das finde ich ein schönes Mindset in diese Richtung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig, unterhalb in den Kommentaren ein kleines Feedback von dir zu lesen, was denkst du zum Thema Minimalismus, gerne auch in Bezug auf dein eigenes Business oder auf das Business, das du vielleicht gerade dabei bist zu starten. Und wenn du mehr Insights zum Thema Business und ab und zu auch zum Thema Minimalismus sehen willst, dann folge mir super gerne auf TikTok, da packe ich den Link auch in die Beschreibung rein. Das ist gerade meine lieblingsspannendste Plattform, wo es viele, viele abwechslungsreiche, unterhaltsame und wissenswerte Impulse gibt. Also in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Oh, scheiße. The cactus is the main character.